So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Youtubers Live 2. Äh, diese Folge ohne Grodi, weil es uns zeitlich nicht ausgegangen ist. Aber in der nächsten Minute wieder dabei sein. So, während das jetzt, äh, hoffen wir mal schon erlebt, überlege ich mal, was wir gemacht haben. Oh, hey of a Grodi. Es heißt, dass Malea Adventure der höchstplatzierte Youtuber irgendwo in der Stadt verkleidet ist. Versuche ich ihn zu finden und ein Video aufzunehmen oder ein Foto davon hochzuladen. Macht das Beste aus diesen Trends, wenn alle darüber reden. Oh, wir haben die zwei Dinge nicht abgeschlossen. Ja, sad. Passiert. Passiert mich ein bisschen müde an, hör, wundert euch nicht. Ich komm gerade vom... Also, ich war die ganze Nacht feiern. Ist das hier, äh, wie, äh, äh, äh? Okay, wait a minute. Mhm. Mhm. Okay, warte, könnte ich nicht irgendwo nachschauen, ne? Ich hab seinen Namen wieder vergessen. Ähhhh. Ähh. Siehst du einen der Höchstplatziertesten oder nicht? Gott dammit, okay, ich packe mir mal einen Roller, ein Video, okay, er muss an irgendeinem Ort sein, wo man so vloggen kann, ich muss ihn mal gerade hinsetzen hier, geht aber gar nicht. So, ich kann das hier in sein. Okay, ich kann das hier in sein. Okay, ich kann das hier in sein. Es ist hier ein Bild oder ein Video. Und wenn wir ein Video machen, kann mit dem, muss das ja hier irgendwo in der Nähe sein. Also nicht in der Nähe, aber an dem Ort wo man halt floggen kann. Nee. Ah, mein Roller ist weg. Oh, hello. Ich glaube, ich werde ein Video über die Kleidungsstücke von Kiwi machen. Cassidy ist einer der Top-Designer der Stadt. Okay. Stimmt, das vergesst, wir können auch mal im Player One vorbeischauen. Und wieder mit der anderen reden. Hello. Heute hat meine Mantendo-Sea Feuer gefangen. Ich habe die Schnauze voll von diesem Strom ausweichen. Ich werde nämlich schwer dem Rathaus einrechnen. Äh? Ach, ne? Hat das nicht schon? Ach, die ist echt hoffnungslos. Okay. Dem Stadtteil haben wir sie nicht ge... Es, ihn, sie, keine Ahnung, nicht gefunden. Ach, ich meine, ich kann ja irgendwo einen Roller nehmen. 18 Stunden habe ich Zeit dafür. Ey, ey, ey. Hängst du schon wieder da um? Ne, stimmt, du kommst halt erst auf Abend hin. Da ist ein Roller. Uh! Ich freue mich, wie auffällig der ist. Ne, da ist bloß der Dude. Und... Die Feuerschlange durchquert die Kanalisation nicht, um in einem Bunkel zu versinken und auch nicht um die Nummer eins zu sein, sondern um vom Meer und der Brise zu leben. Da ist ein... Was ist ein... Das ist ein... Da für mich der Typ. Ach, hier hätte ich Volleyball spielen können, wow. alles ablaufen die bestellung ist fertig der regenbogen shake ist wirklich gut da kommt er wieder aber hier ist er auch nicht oder nur ein video ja doch ich sehe irgendwo sein wo man ein video machen kann aber wo hier unten ich schwöre ok doch da gehen die Treppe nach oben wie hast du es geschafft reinzupacken du bist du ah haha 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 I know who you are ja volle energie du führst ein innerer monolog, oh das könnte gut werden heute du sagst bleib fokussiert du verabschiedest dich uuuh diga 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 da waren wir on top heute ja, sparen wir ja perfekt, dann müssen wir jetzt nur noch wieder nach hause wo hätt er denn wo hast du den typen gedacht ok warum geht die hier hinter wo are you guten morgen, kann ich dir irgendwie helfen ich will in den klo ich bin grad vergraben so jetzt gehts wieder ab nach hause und dann schneiden wir das video und laden es hoch ach so cool ja da haben sie uns doch einen einfachen punkt mit sogar den hashtag davor gegeben oh hi gg es ist grün glänzt und so groß wie mein kopf ich frau mich wo zum teufel steckt ich bin grad jetzt bei walten das ist immer noch so hast erfüllt lass mich in ruhe komm jetzt machst du hier so stress wieder kannst du dir vorstellen warum haben wir jetzt umgedeckt beim ufo entführt zu werden es wäre cool ein selfie mit einem alien zu machen wenn die das in das spiel auch noch einbauen dann ok ich hab das mit paluten und gbp schon akzeptiert dann schneiden wir das gleich mal oh gott im himmel oh wir haben ja noch so viel keine punkte mehr wow hier w ey y hey Ey, Jooo! Okay, meine Brille ist weg, wenigstens das. Ich hasse es. So, haben wir noch genug Energie, ein zweites zu schneiden? Dammit. Ich muss die heute alle noch hochladen. Ich wusste nicht, dass wir so viele übrig haben und Videos. Interviewen wir immer noch ganz gut. Okay. Piep, piep, auch hier. Eine Meldung auf Insta Life ist die Rede von dem Spiel Cyberware, aber ich kann in den letzten großen Veröffentlichungen nichts dazu finden. Sollt mal bei Blair vorbeischauen. Ist jetzt gerade egal, wir müssen ein Video schneiden. Das ist ja schlecht. Aha. Ah. Ach, schon 80. Ne, natürlich nicht. Ich habe einen Wettbewerb. Ich habe einen Wettbewerb. Ey, Jooo! Ja, perfekt. Wir sind gut. Ja. Ich weiß nicht mehr, was wir da gemacht oder gespielt oder sonst was haben. Alter, jetzt kommt er auch wieder krass auf, ne? Aufnehmen vier? Aha. So, und dann haben wir noch einen Flock. Ey, das ist ja göttlich. ... ... ... ... ... ... ... ... klumpmann klumpmann rettet youtube ja auch nicht schlecht jetzt können wir zu player es regnet wenn sie verloren ich weiß aber wäre richtig also das verkaufen wir hier nicht youtube ist mit promo videos verseucht und die leute kommen ständig und fragen danach spielentwickler muss es irgendwo anders verkaufen ich fürchte du wirst dich irgendwo anders da noch umsehen müssen äh darf ich mich immer noch normal mit dir unterhalten hallo der typ mit der sonnenbrille im anzug sieht irgendwie verdächtig aus warum sprichst du nicht mit ihm ich weiß jetzt schon weshalb du hier bist sei aber wer du kannst dich nicht zurückhalten ok beruhig dich ich bin ja verkäufbar aber wenn du etwas über das größte spiel seit dem zeit das größte spiel seit dem zeitalter der eier wissen willst musst du zum hafen gehen und nach einem meiner kollegen suchen wir können hier nicht reden wir müssen diskret sein kommst du mit ich werde dort sein sehr gut zu können mein kollegen in einer der gassen am hafen ist mir egal was machen wir nächste folge erst mal unterhalten wir uns hast du schon von der band zebra zombies gehört ja kenne ich du solltest auf eines ihrer konzerte gehen du hast auch immer nur denselben miss hahn naja gut aber dann würde ich sagen war es das jetzt mit der folge lasst lecken und arbeiten wenn es auch gefahren hat schaut bei let's go die mir vorbei und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss